Deutsche Waffen! Deutsche Waffen! Deutsches Geld! Mode mit in aller Welt! Deutsche Waffen! Deutsches Geld! Mode mit in aller Welt! Ja, liebe Menschen, die sich gerade wundert, warum hier so ein Mapp mit Transparenten durch die Kalker Straße geht oder in Gremberg, da sind wir hier gerade. Wann auch immer, folgendes, wir sind gerade vor dem Kalkforst, sie sind hier vorne für der Kirche demonstriert und haben da ein paar Freunde von uns abgeholt. Die Freunde von uns wohnen in der Kirche.